Mein Name ist Barbara Sillig, ich bin Senior Managerin im Bereich Techs in der Niederlassung in Frankfurt. KPMG ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Ich habe mein Jurastudium abgeschlossen und bin danach direkt bei KPMG eingestiegen, habe dann im Jahr 2004 das Steuerberaterexamen noch zusätzlich abgeschlossen. KPMG macht als Arbeitgeber aus, dass wir hier in einem Team arbeiten und Kollegialität sehr groß geschrieben wird im täglichen Arbeitsleben. Wir bieten flache Hierarchien an und für die Bewerber immer ganz wichtig Qualifikation im Job. Das heißt bei uns täglich Training on the Job durch eben Vorgesetzte und Manager und Partner. Darüber hinaus für die Ablegung des Steuerberaterexamens bieten wir finanzielle Mittel an, die flexibel eingesetzt werden können, zum Beispiel durch Bezahlung von Kursen oder eben auch Umwandlung in Freizeit zum Lernen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass bei uns im Team sehr viele Kollegen mit internationalem Background arbeiten und genau das drückt auch hier unser Standort am Flughafen aus. Wir haben einfach eine gewisse Internationalität, vor allem hier am Frankfurter Standort. Steuerberatung ist für mich ein sehr komplexes und sehr spannendes Thema. Man braucht innovative Ideen und man muss für sich eine Struktur entdecken und genau diese Komplexität für den Mandanten nutzbringend einzusetzen und dem Mandanten wirklich einen Mehrwert zu schaffen, ist für mich eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.